So, herzlich willkommen heute zu diesem Video. Heute geht es um die Eisenmangel-Depression. Ja, was ist das? Das ist einfach Eisenmangel in Verbindung mit Depression. Ich habe also schon dieses Thema, verfolge ich seit einigen Jahren und habe schon sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten gesehen. Eher Frauen betroffen vom Eisenmangel natürlich, weil sie die Menstruation haben, die Regelblutung, die hier Eisenverlust darstellt und wenn die Frauen dann es nicht schaffen aufgrund von bestimmten Umständen, nennen wir mal den häufigsten die Ernährung, also wenn die Ernährung zu wenig eisenhaltig ist, wenn die Frauen es nicht schaffen, diesen Eisenmangel aufzufüllen oder wenn sie einfach eine starke Regelblutung haben aufgrund von hormonellen Störungen, dann schaffen sie es nicht oder was auch sein kann, eben Reizdarmsymptomatiken, Schleimhautbeschwerden am Darm, was dann dazu führt, dass man das Eisen nicht gut aufnehmen kann und dann kann es eben zu einer depressiven Grundstimmung kommen, zu einer depressiven Neigung, zu schwachen Nervenkostümen, zu Unlust, zu Motivationsschwierigkeiten und natürlich zu dieser unsäglichen Müdigkeit, auch die mit dem Eisenmangel assoziiert ist, auch Konzentrationsstörungen, wir haben es ja schon besprochen in den Eisenvideos, die ich gedreht habe, dann auch Schlafstörungen, Schwindel und so weiter und so fort, wichtig auch noch der Haarausfall unter dem Ferritin wird von 70, können die Haare eben ausfallen und Nagelbrüchigkeit und so weiter kann entstehen. Also wir haben hier das Problem, dass es ein bestimmtes Symptom des Eisenmangels ist, der hier für eine depressive Neigung sorgen kann, beziehungsweise richtig für schwere depressive Zustände. Eine dieser Patientinnen war vor einigen Tagen in meiner Praxis, sie hat gesagt, sie ist ein völlig neuer Mensch aufgrund des ausgeglichenen Eisenmangels und hier möchte ich einfach mal den Zusammenhang darstellen, dass man auf jeden Fall bei depressiven Verstimmungen schauen sollte, wann, wieso es einen Eisenmangel gibt, ob es einen Eisenmangel gibt, wieso es einen Eisenmangel gibt und so weiter. So, was ist die Verbindung? Die Verbindung zwischen diesen beiden Zuständen ist das Hormon Serotonin. Serotonin ist unser Glückshormon, kennt jeder, deswegen essen wir Schokolade oder wir geben vor Schokolade zu essen und letzten Endes ist es so, dass man herausgefunden hat, dass bei jeder Hormonbildung das Eisen eben hier eine Rolle spielt und so ist es auch beim Serotonin. Es gibt noch einen anderen Faktor, das ist das Tryptophan. Tryptophan ist die Aminosäure, die wir ganz, ganz dringend brauchen, ganz, ganz dringend brauchen für die Herstellung von Serotonin, aber Tryptophan ist auch die Aminosäure, die sehr, sehr schwer aufzunehmen ist, wo wir Menschen ein häufiges Problem haben mit der Aufnahme dieses wichtigen Eiweißbausteinchen. Es ist auch die Aminosäure beispielsweise, die in der Ernährung nur sehr, sehr wenig vorkommt und nur sehr, sehr selten vorkommt. Also, das sind die Aspekte zum Thema Eisenmangel und Depression und ich habe mir mal die aktuelle Studienlage dazu angesehen. Ich muss hier ein bisschen auf meinen Rechner spicken und zwar habe ich mal eingegeben, gibt es denn Verbindungen, was macht die Wissenschaft, untersucht die da was und wie schaut es aus. Ich habe interessante Arbeiten gefunden, beispielsweise hier im Journal of Psychiatry Clinical Neuroscience und hier wird geschrieben Association between Iron Deficiency Anemia und Depression. Also gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Eisenmangel Anämie und der Depression. Das ist also eine japanische Arbeit und die finden eindeutig, dass hier Zusammenhänge gibt aus psychologischer, psychiatrischer Sicht. Eine weitere Arbeit, die hier in der Zeitung für Gastroenterologie 2020 erschienen ist und hier geht es um die Frage Eisenmangel, Depression, Fatigue-Symptome und eben Entzündungen, entzündliche Darmerkrankungen. Auch hier wurde untersucht und man hat eine prospektive Untersuchung gemacht bei knapp 100 Leuten, bei 98 Leuten und der Schluss war, dass hier bei diesen Reizdarmpatienten, dass eben die Eisenmangel Depressionen und die Anämie hier einen Zusammenhang gibt und ja letzten Endes, letzten Endes hier Entzündungsfaktoren mit reinspielen könnten. Also es wird halt weiter untersucht. Wir sind hier definitiv noch am Anfang der Forschung, denke ich. Hier wurde untersucht noch in einer Studie von 2018 in einem gynäkologischen Magazin, wo man geschaut hat, ob Eisenmangel und Schwangerschaftsdepressionen in Verbindung stehen und hier hat man herausgefunden, dass Eisenmangel assoziiert ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eben an Depressionen während der Schwangerschaft zu leiden. Kommen natürlich auch noch andere Faktoren dazu, wie der Progesteronmangel beispielsweise, der hier aufschlägt und der Vitamin-D-Mangel beispielsweise. Also ich wollte dieses Video einfach mal machen, weil es mir wichtig war, ich habe mich wieder erinnert, dass es viele, viele Frauen gibt mit diesem Problem, aber auch Männer natürlich, dass der Eisenmangel in Zusammenhang steht mit der Depression und in einem der nächsten Videos werde ich noch zeigen, wie man den Eisenmangel dann genau diagnostizieren kann und das soll es für heute mal gewesen sein zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema. Ein kurzes Video, aber ich denke nicht unwichtig für viele, viele Menschen da draußen.